Wir dienen dem Kaiserreich. Mehr Blut! So. Ja. Kein Problem. Auf zum Sieg. Wird erledigt. 50 Gold für den Spawn. Jawohl, sehr. Wird erledigt. Kein Problem. Ja, und ich sollte mir auch angewöhnen, dass ich das Zauberbuch mit B öffnen kann und ich immer da unten klicken muss. Ja, diese Schnellzauberslots hier, die werden halt erst freigestalten, wenn ich das richtige Level an Zauberfähigkeit habe. Erstmal sparen wir aber auf 550 um unsere Truppen. Schon erledigt. Weil ich bin hier... Spiel ja eher als... Truppenführer, also als Magier. Wir gehen. Jawohl, sehr. Auch wenn es nicht schlecht ist, ein paar Zauber zu haben. Und? Wird erledigt. Schon erledigt. Da werde ich mich aber trotzdem auf nur die grüne Zauberschule beschränken. Kein Problem. Bereits zum Kampf. Wir dienen dem Kaiserreich. Gehen wir. Auf euer Kommando. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Auf euer Kommando. Oh, die haben Stufe 2 schon von selber jetzt erreicht. Wir könnten jetzt hier Zauberer anbeuern. Mit Vergnügen. Auf euer Kommando. Ich habe jetzt gerade nicht aufs Logbuch. Ich glaube, da stand Steine, oder? Ja, Steine. Ja, wir haben jetzt 50 Steine und 50 Holz. Ja, Sir. Schon erledigt. Kein Problem. Und? Schon erledigt. Ja, und Sicherheitshalber... Kein Problem. Ich muss mal kurz gucken. Nein, F5 ist die Fähigkeit. Ah, F1 ist die Hilfe. Das ist interessant. Ah, F2 und F3 ist Schnellspeichern und Schnellladen. Dritte Person, erste Person umschalten. Ach, das ist P. Schnellzauber, Minikarte, Aufträge, da, da, da. Block. Ah, alt. Oh, das ist praktisch. Also, das ist gut, dass wir das jetzt gesehen haben. Und ja, ich kann mit F2 speichern. Okay, Quicksave 1 gespeichert. Immer bereit. Schon erledigt. Also, wir sehen, der Friedhof spuckt Skelette aus und hier stehen Skelette. Bereits zum Kampf. Und das ist gut, wie es geht. Die Toten sollten in der Erde ruhen. Der Magier, der die Ruhe der Toten gestört hat, wird sich für seine Gräueltaten verantworten müssen. Bereits zum Kampf. Ja, aber wir müssen noch die dort töten. Und wir können uns sogar anzeigen lassen, was in dem Thron drin ist. Ah, praktisch. Bereit. Auf zum Sieg. Wird erledigt. So. Wird erledigt. Auf der Karte haben wir jetzt wieder die Stadt markiert. Wahrscheinlich, weil wir noch die Quest, äh... Oh, schön. Die Erfahrungspunkte sind schön, die wir haben. Damit können wir jetzt... Unsere Führerschaft steigern. Also nicht unsere Führerschaft, sondern unsere militärischen Fähigkeiten. Äh, magische Fähigkeit. Also jetzt will ich einmal die Führerschaft steigern, damit ich meinen zweiten Trupp zu Paladin machen kann. So, hier in dem Abschnitt sind wir fertig. Kein Problem. Wir könnten jetzt theoretisch hier runter gehen. Da ist ein Lager, das wir uns angucken könnten. Kein Problem. Das machen wir eigentlich auch gleich, wenn wir schon hier sind. Kein Problem. Hier ist ein Lager und... Da drüben ist auch etwas. Wird erledigt. Wird erledigt. Sagt die Hilfe eigentlich noch etwas. Zwischen Einheiten wählen, Ausrüstung... Kopiert, ausgewählte Einheiten... Bildschirmfoto... Pause. Okay. Also damit kann ich mich einblenden, sozusagen. Aber ich finde das eher nervig. Berserker. Ach, ein Ork-Lager ist das hier oben. Eine Berserker-Hütte. Macht irgendwie Sinn, dass in der Berserker-Hütte... die Berserker sind. Auf zum Sieg. Kein Problem. Und ja, die Ruinen, da können wir uns auch angucken. Aber vor dem Sonnen... Wird erledigt. ...würde ich mich erstmal fernhalten. Schon erledigt. Wir greifen an. Jawohl, Sir. Der Sumpf ist von Legenden erfüllt. Das heißt... Hier wurde ein mächtiger Dämon gefangen. Okay. 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 Und das ist jetzt nicht so gut, dass ihr immer noch... ...im Nahkampf gebunden seid, sage ich jetzt einfach mal. So. Ja, Sir. Die Berserker-Hütte hat auch nur Gold gegeben, aber jede Menge Erfahrungspunkte. Auf zum Sieg. Wir dienen dem Kaiserreich. Mit Vergnügen. Schon erledigt. Ja, und hier an der Berserker-Hütte wäre auch ein... ...Kreis. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Also wie gesagt, den... ...Sumpf können wir eh nicht betreten. Was okay ist. Kein Problem. Kein Problem. Ich kann nicht mehr Krieger kontrollieren. Kein Problem. Schon erledigt. Skelette... ...in einer Skelett-Krypta. Okay, macht auch irgendwie Sinn. Wird erledigt. Dass eine Skelett-Krypta-Skelette enthält. Jawohl, Sir. Ja, auf euer Kommando. Gehen wir. Ja. 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 Gehen wir. So. Ja. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Das sind zwei Trupps Skelette, wenn ich richtig sehe. Wir dienen dem Kaiserreich. Ja. Was? Tötet sie alle Reichs zum Kampf? Wir greifen an. So, dich mal heilen. Ja. Wird erledigt. Sie alle. Man muss ja echt sagen, der Heil... Heilzauber... Bereit. ...ist fast schon nicht... ...wird erledigt. ...wenn es... ...schon erledigt. ...um Truppen geht. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Weil so ist der Verschleiß geringer. Schon erledigt. Außer man hat natürlich irgendetwas, um die Gegner zu schwächen oder seine Truppen zu buffen. Kein Problem. Sichert das Sägewerk. Die Leichen erwachen überall zum Leben. Die Leute können nicht normal arbeiten oder in Frieden leben. Beweisen wir der Stadt einen unschätzbaren Dienst, indem wir das Sägewerk von den Untoten befreien. Die Leichen erwachen überall zum Leben. Die Leute können nicht normal arbeiten oder in Frieden leben. Die Sägewerke sind voller Untote. Wir können kein gutes Holz mehr bekommen. Im Westen und Osten wir mitles von Monstern, die uns den Weg zu unseren zwei Sägewerken abschneiden. Ja, deswegen können wir... Also ein Magier hat 100 Leben, 5 Mana, 3 Geschicklichkeit, Rüstung, Angriff, Schaden. Auch so weit in der Magierschule, die gerade mal die rote Magie beherrschen können, aber die Feinde des Kaiserreichs die große Leidenschaft bekämpfen. Mhm. Es steht halt nicht dran, wie groß so ein Trupp ist. Auf zum Sieg! Also ja, hier im Süden sind wir jetzt komplett fertig. Das heißt, wir klappern als nächstes den Norden ab. Wir nehmen aber die Straße hier. Guck. Erst zu dem Sägewerk. Dann gehen wir hier oben um zu dem Sägewerk. Gucken, was da hinten ist. Und ja. Kein Problem. Also das Sägewerk, sicher. Karte. Die Stadt bietet uns gerade nichts Hilfreiches. Kein Problem. Ach, und so wie es aussieht, haben die... Ah, die Stadt jetzt auch... Soldaten, die patrouillieren. Kein Problem. Also ja, ich wollte diese Straße... Kein Problem. Schon erledigt. Auf zum Sieg! Wird erledigt. Schon erledigt. Also ja, wie gesagt, wir gehen hier hoch. Gucken uns hier um. Gucken uns da um. Da. Dann gehen wir hier runter. Gucken uns noch hier hinten um. Bevor wir dann hier die Straße zurücknehmen. Wird erledigt. Die Orks aber so weit... Wird erledigt. Es geht meiden. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt.